Dieser rote Sportwagen, der gehört zum Gebrauchtwagenzentrum des Porsche Zentrums des Saarlands und wir sind heute zu Gast hier und machen mal einen ganz kleinen Bericht. Hier ist Olivier Koufler. Hallo Herr Koufler. Bonjour. Sie sind zuständig unter anderem für Kunden hier im Gebrauchtwagenzentrum. Oui, c'est juste. Je suis responsable de la vente des véhicules neuves et des véhicules d'occasion ici au centre Porsche de Saarbrücken dans le tout nouveau bâtiment dédié à nos jeunes véhicules d'occasion et entre autres je m'occupe de tout ce qui est documentation, enfin immatriculation de ces véhicules pour nos clients français en France. Super, wir kommen gleich nochmal kurz zu Ihnen, aber vorher gibt es noch ein ganz kurzes Interview mit Alexander Lang. Er ist hier der Geschäftsführer. Hallo Herr Lang. Hallo, grüß Sie. Genau, das Gebrauchtwagenzentrum des Porsche Zentrums Saarland ist relativ neu. Ja, seit Ende 2015 haben wir das hier errichtet, sind ganz stolz darauf, dass wir ein Grundstück finden konnten. Das war gar nicht so einfach und mittlerweile können wir über 50 Gebrauchtwagen, junge, ältere Fahrzeuge, Klassiker präsentieren und somit alles, was der Kunde wünscht, auch darstellen. Genau, das Ganze ist hier überdacht, aber Sie haben ja zusätzlich noch Raum gewonnen draußen. Ja, die Fahrzeuge, wenn Sie mir kurz folgen, dann kannst du mal einmal kurz mal raus blicken. Ja, gerne. Schauen wir mal, also da sehen Sie unser Porsche Zentrum, wie es in Ursprung war und hier haben wir jetzt erweitert das Porsche Zentrum als Gebrauchtwagenzentrum. Hier stehen unsere Geländewagen, die Cayennes, hier vorne haben wir Macan, gleich hier um die Ecke rum, Macan und Panamera und innen drin haben wir die Sportwagen stehen, weil es einfach von dem Platzverhältnis so am besten ist und der Geländewagen gehört ja auch raus. Richtig, genau. Und die Prachtstücke, sage ich jetzt mal, die sind natürlich auch hier drin. Wenn Sie so Netzen mir nochmal öffnen, ja, ich habe beide. Also es sind alles Prachtstücke, das muss man sagen, aber natürlich die Sportwagen, wie schon gesagt, die haben wir hier drin stehen, die wirken hier drin besonders gut und der Kunde kann sich hier wirklich in Ruhe die Sportwagen anschauen. Ganz hinten in der Ecke sehen Sie mal einen schönen GT3 RS, das ist natürlich unser ganzer Stolz. Da gehen wir mal kurz hin. Ja, gerne. Also das ist auf jeden Fall so die Schwerspitze, sagen wir mal, die Spitze im Sportwagensegment und damit fährt man auf der Nordschleife am Nürburgring alles in Grund und Boden. Genau und sowas gibt es hier natürlich auch, oder? Im Gebrauchtwagenzentrum? Natürlich, dafür sind wir da. Super. Was sind denn hier für Vorteile im Gebrauchtwagenzentrum, die ich vielleicht bei jemand, der auch Porsche verkauft, überhaupt nicht habe? Ja, also generell muss man sagen, wir sind erstmal in einer Auswahl, die sonst im Saarland auch niemand darbieten kann, über 50 Fahrzeuge. Wir haben die Verkäufer hier sitzen, der Kunde kommt hierher und weiß genau hier finde ich die Gebrauchten und muss sich nicht erst noch durchsuchen zwischen Neuen, Gebrauchten etc. Alles an einem Platz, Beratung an einem Platz und ein perfektes Sortiment. Es gibt kaum eine Firma, die dafür nicht bekannt ist, strikt zu sein wie Porsche. Es gibt einen ganz speziellen Plan, der strikt eingehalten wird und der auch kontrolliert wird. Was ist das für ein Plan für einen Check bei einem jungen Porsche? Also primär sind wir auch flexibel, das ist unsere Stärke, aber wir haben natürlich einen 111-Punkte-Check für unsere Fahrzeuge. Das ist also das, was das auszeichnet. Wer hier ein Auto kauft, kann sich darauf verlassen, das Auto ist auf Herz und Nieren geprüft, entspricht Porsche-Standards und wir können es ruhigen Gewissens an den Kunden geben. Und der ist eigentlich, wir sagen immer so schön, unsere Gebrauchswagen unterscheiden von den Neuwagen nur eins, das ist der Preis. Sehr schön, vielen Dank Herr Lang, erstmal für das nette Statement. Wir gehen nochmal zurück zu Herrn Kufler und schauen uns nochmal einmal ganz kurz an. Vielen Dank Herr Lang. So, da ist er, wie er arbeitet, ja ganz spontan. Herr Kufler, Sie sind natürlich Frankophon, ja Sie antworten auf Französisch, ja. Warum antworten Sie jetzt auf Französisch? Ich antworte auf Französisch, weil ich bin mein eigenes Französisch. Und ich beschäftige mich speziell an den Kunden von Französisch, hier im Zentrum Porsche-Standard. Haben Sie viele Kunden aus Frankreich oder die der Sprache mächtig sind, der Französisch? Ja, wir haben ein nombre von Französisch Kunden von Französisch, die profitieren von unseren Services. Und wir haben ein enormes und verschieden choix, das wir im Modell Porsche-Modell-Porsche haben. Wir gehen mal kurz zu einem Auto, was Sie uns vorstellen möchten. Wir fangen an mit dem roten hier. Ist das okay für Sie? Ja, sehr gut. Was ist das für ein Auto? Also, heute haben wir eine magnifique Porsche Cayman GTS, de couleur rouge, die ist devenu ein Modell très rare. Warum? Warum ist der so selten? C'est un des derniers Moteurs 6 Cylindres, proposé sur le marché, et qui pulisait, c'est une série spéciale GTS. Der ist es, wie alt ist der? C'est un Modell, der relativt jeune, ist âgé 1,5 Jahre alt. Il a, par exemple, 6,000 Kilometre, donc... 6,000 Kilometre, absolument. Vous constatez que nous avons des Modells très, très, très jeunes, et en plus d'être très, très, très rare. Okay, selten heißt natürlich, ich habe hier eine richtige Wertanlage bei so einem Auto, oder? Exactement. C'est non seulement un investissement pour le plaisir, mais également un investissement financier, parce que ce genre de modèle aura probablement une cote très, très élevé à l'avenir. Jetzt hat der Cayman, zum Beispiel, früher war es immer der 911, ist un richtiger Porsche, aber der Cayman ist stark nachgefragt, oder? Oui, exact. On parle depuis de nombreuses années de la Porsche 911, qui est une icône parmi les véhicules de sport. Ceci étant dit, le Porsche Cayman a fait son entrée dans la gamme Porsche en 2005, et maintenant cultive sa propre Personnalité. C'est une authentique Porsche, qui a son propre caractère et ses propres valeurs. Porsche a été créé un nouveau nouveau, je dirais. Il y a de l'étonnement de nouvelles innovations. Wie schnell sont ces innovations aussi ici au Geprochthagenzentrum? Alors, nous prenons le nouveau Porsche Panamera. Alors, en ce qui concerne la gamme Porsche, elle est en constante évolution. Très régulièrement, nous proposons de tout nouveaux modèles qui sont remis sur le métier. Et ces modèles-là, vous les retrouvez très rapidement en tant que véhicules d'occasion, puisque nous avons des véhicules de fonction qui sont âgés de 3 ou 4 mois, et qu'on propose à la vente très rapidement. Donc, nos clients peuvent bénéficier également de cette innovation de modèles très très jeunes qui sont tout fraîchement sortis sur le marché du véhicule neuf. Super, der 111-Punkte-Check, ja. Was ist das ganz genau und warum ist das so toll? Alors, le 111-Point-de-Control que propose Porsche dans le cadre de la garantie Porsche Approved n'est pas seulement une garantie classique, c'est un label de qualité qui est reconnu dans le monde entier et qui garantit la provenance, la qualité technique dans les moines détails et surtout un historique transparent. Das heißt, die Fahrzeuge, die werden hier richtig auf Herz und Nieren geprüft und die Checks werden sehr ernst genommen, oder? En effet, nous mettons un point d'honneur à respecter rigoureusement les directives du Constructeur en matière de contrôle et donc en amont nous vérifions avec beaucoup de cœur et beaucoup de compétences les modèles que nous proposons. En réalité, ces modèles sont littéralement passés au scanner dans nos ateliers Porsche. Prima. Jetzt gehört das Porsche-Zentrum Saarland zu einem der Porsche-Zentren, die wirklich extrem erfolgreich sind. Warum sind sie so erfolgreich? Alors c'est une bonne question. Sans arrogance aucune. Nous sommes très fiers ici d'avoir une équipe passionée de gens qui vivent au quotidien la marque Porsche. Et j'ai plutôt parlé de fierté que d'arrogance. Depuis trois ans, nous faisons partie des meilleurs centres Porsche d'Allemagne. Cette distinction nous a été communiquée officiellement par le Constructeur. So, wir stehen wieder mal von einem Prachtstück hier. Was ist das für ein ganz tolles Auto? Ein Bicolor? Alors, il s'agit ici d'une 911 qui est vraiment l'icône des véhicules de sport reconnues au monde entier. Et nous avons ici une magnifique version cabriolet avec un intérieur très élégant, également pas très répandu sur le marché. C'est un intérieur bicolore avec des sièges en couleur cognac, avec un tableau de bord en couleur espresso. Et la subtilité et l'élégance, on le constate aux surpiqures de couleurs cognac qui sont sur la partie espresso. Donc ça renforce, cosmétiquement parlant, l'élégance et surtout pour une version cabriolet, on le constate plus facilement lorsqu'on est décapoté. Je confirme, que étant amateur de véhicules de sport, d'où ma présence ici, ce modèle me tient particulièrement à cœur parce que non seulement c'est un modèle de la gamme Porsche 911, donc très sportif, mais en plus ce modèle se distingue par une élégance plus particulière et par une combinaison de couleurs intérieur et extérieur qui justement souligne cette élégance et je trouve que c'est vraiment la quintessence du cabriolet dans toute sa splendeur. Donc, si j'ai l'interesse sur les autos, il y a une possibilité, comment je trouve tous vos autos dans le réseau, c'est vrai ? Comment je suis là ? Alors, en effet, je vous confirme que vous avez la possibilité, confortablement, chez vous à domicile, de vérifier l'ensemble de notre parc disponible immédiatement de véhicules d'occasion récents comme ici et en plus, vous avez la possibilité d'appuyer sur le petit drapeau français pour avoir la traduction. A partir du moment où vous avez sélectionné un modèle qui fait battre votre cœur un peu plus vite, vous avez mes coordonnées téléphoniques et vous pouvez me contacter ou encore mieux, me rendre visite ici au centre Porgerland. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir. Wie ist Ihre Telefonnummer ? Sagen Sie doch mal live hier durch. Alors, mon numéro de téléphone est le suivant, le 0049 681 988 1637. Bitte noch einmal. Le 0049 681 988 1637. Ok, super. Van Mannes, wann sind Sie auf hier im Porsche-Zentrum Saarland ? Je suis disponible au service de nos visiteurs du matin 8h jusqu'au soir 18h sans discontinuer du lundi au vendredi, le samedi de 9h à midi. Et pour ceux qui souhaitent tranquillement venir en famille simplement pour découvrir notre gamme, nous sommes également ouvert le samedi après-midi jusqu'à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Super. Noch eine letzte Frage. Wie viele Autos habt ihr ungefähr gebraucht hier auf Lager ? Alors, nous avons un choix important et varié en véhicules d'occasion Porsche qui sont tous sélectionnés selon les préceptes de la garantie Porsche Approved. et en moyenne nous avons entre 50 et 70 véhicules d'occasion Porsche sélectionnés en stock. 70 Stück ? Echt ? Oui, tout à fait. C'est un chiffre impressionant, absolument. C'est un chiffre impressionant, c'est un chiffre impressionant. C'est un chiffre impressionant, c'est un chiffre impressionant. commune au service de la marque Porsche. Merci. Je vous en prie. Mh, Lange. Genau, wir sind schon fertig mit Herrn Kufler. Er hat das ganze vorrang gemacht, das allererste Video. Sie waren ja schon mal da. Wie wichtig sind Ihnen die Kunden aus Frankreich oder Kunden, die zu Ihnen kommen, die über die Grenze kommen? Also, letztendlich leben wir in Europa und ich bin auch bekennend zu Europa und die französischen Kunden gehören zu uns wie die Luxemburger Kunden oder auch wie die Kunden aus der Pfalz oder sonst irgendwo. Also, sie sind einfach wichtig für uns. Sie sind Nachbarn, sie sind nett, sie kommen zu uns und ich mag die Franzosen. Man muss auch fairerweise sagen, wer das nicht weiß, Zalberbrücken liegt gerade mal Luftlinie 5 Kilometer. Ja, und es gab ja auch immer in der Historie einen Wechsel zwischen Frankreich und Deutschland. Also wir sind nun mal auch französisch geprägt. Auch unsere Lebensart und Lebenskultur ist ein Stück französisch auch. Ob das jetzt das Mittagessen ist, dass wir gerne Wein trinken. Und deswegen haben wir wahrscheinlich eine gute Affinität zu unseren französischen Nachbarn. Herr Lang, vielen Dank für das nette Interview. Wir haben viel gelernt heute über das neue Gebrauchtwagenzentrum des Porsche Zentrums Saarland. Dankeschön. Vielen Dank.